Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Einheit zum Thema Ermittlung von Anforderungen im Software Engineering. Mein Name ist Jörn Schlingensiepen und im letzten Film haben wir uns ja damit beschäftigt, dass ich wohl Anforderungen irgendwie aufschreiben können muss, um erfolgreich ein IT-Projekt zu Ende zu führen. Also um quasi dem Kunden mit der Lösung, die ich ihm als Software baue, auch ein Problem zu lösen. Dazu brauchen wir ein paar Konzepte, wie wir das aufschreiben können. Und das Wichtigste oder eines der wichtigsten Konzepte ist das sogenannte Rollenkonzept. Also es werden Anwendungsfälle aufgeschrieben und in diesen Anwendungsfällen übernimmt der Anwender verschiedene Rollen. Es wird also jetzt nicht mehr auf Personenebene beschrieben, sondern auf Rollenebene. Also das heißt, es kann für eine bestimmte Gruppe von Menschen eine Rolle definiert sein und dann kann man eben die Anforderungen für diese Gruppe von Menschen aufschreiben. Nehmen wir das Beispiel Moodle. Wenn ich mich da einlogge, dann bin ich da als Dozent hinterlegt. Dann habe ich da andere Funktionen. Ich kann Kursräume anlegen. Ich kann Kursräume bearbeiten. Ich kann Sachen auf sichtbar stellen, auf nicht sichtbar stellen. Wenn Sie sich da anmelden, dann sehen Sie eben die Kurse, in die Sie eingeschrieben sind und können da eben alle freigegebenen Sachen sehen. Eine Rolle kann aber auch in einem Kontext definiert sein. Also zum Beispiel der Klassiker ist halt der Projektleiter oder der Projektmitarbeiter, der dann in einem Projekt, was dann eben wieder dieser abgeschlossene Kontext ist, bestimmte Aufgaben übernehmen kann. Oder zum Beispiel der Vorgesetzte ist eine Rolle. Nehmen wir an, wir haben irgendwie so die Idee, ein Reisekostenmanagement zu machen mit Dienstreiseanträgen und da steht dann sowas wie drin, wie der Vorgesetzte kriegt diesen Dienstreiseantrag. Dann hätte jetzt zum Beispiel Schulze gegenüber Friedrich die Rolle Vorgesetzter. Schulze hat aber auch einen Vorgesetzten, das ist Huber. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie sowas schreiben würde für einen Dienstreiseantrag, dann würde ich mich immer auf diese vorgesetzten Rolle beziehen und nicht auf Schulze oder Huber. Das wäre ja bescheuert zu sagen, also Dienstreiseanträge werden genehmigt von Schulze, von Huber und von Meier, von Huber und von Bayer, von Meier und so weiter. Da müssten ja jedes Mal alles ändern, wenn sich da was ändert. Also die Idee ist einfach Rollen zu definieren und diese Anforderungen jetzt für diese Rollen aufzuschreiben. So, wie schreiben wir das auf? Es gibt da mehrere Formen und wir hatten ja gesagt, im Prinzip ist dieses Aufschreiben jetzt einfach nichts anderes als ein Kommunikationsmedium. Also im Prinzip genau das Gleiche, was wir in der technischen Zeichnung gemacht haben. Was wir jetzt in dieser Einheit sehen, sind User Stories und Use Cases. Die schreibe ich auf und kann sie dann eben mit meinen Fachanwendern diskutieren. Ich kann aber auch eine grafische Darstellung von Arbeitsabläufen machen, das werden wir bei der nächsten Einheit sehen, wo ich dann einfach sage, Ja, ich schreibe das mal auf, male das mal auf und dann gehe ich in die Fachabteilung und frage, wenn ihr das so machen würdet in der Reihenfolge, wäre das überhaupt sinnvoll für euch? Ja, ganz wichtig. Alles, was wir jetzt machen, ist eine reine Kommunikation mit dem Fachanwender. Es ist also wirklich vergleichbar mit einer technischen Zeichnung, wo ich sage, ich mache mal eine technische Zeichnung oder auch eine technische Skizze und zeige die jemand anders und sage, so stelle ich mir das vor, kannst du da mitgehen? Würde das deine Anforderung erfüllen? Fangen wir an mit der User Story. Also die User Story ist eine Anwendererzählung. Sie ist formuliert in Alltagssprache und stellt mit wirklich ein, zwei Sätzen dar, was es geht. Das wird mir in der agilen Softwareentwicklung gerne verwendet. Man hat dann zig User Stories, wo Anwender so in einzelnen Sätzen erzählen, was sie machen wollen, beziehungsweise gedachte Anwender erzählen das und dann entwickelt man entlang dieser User Story. Wie sieht sowas aus? Also es besteht immer aus zwei Teilen, also Anwendung starten. Das kennen wir übrigens auch schon. Das ist nichts anderes als die Funktionsbeschreibung in der methodischen Produktentwicklung. Also wenn ich die Anwendung starte, dann steht jetzt hier als User Story, die Anwendung startet, indem das zuletzt bearbeitete Dokument des Anwenders öffnet. Und das Ganze hat den Zweck, dass der Anwender Zeit spart. Gut, das Gleiche gibt es dann für Anwendung schließen hier in dem Beispiel. Also wenn der Anwender die Anwendung schließt, dann soll gefragt werden, ob das bearbeitete Dokument gespeichert werden soll. Das kennen Sie alle. Das haben wir bei Word oder bei irgendwelchen anderen Dateiorientierten Programmen. Sie arbeiten an Ihrem Dokument. Und wenn Sie fertig sind, machen Sie es zu. Und dann sagt er, bist du dir sicher, dass du einfach so zumachen willst? Du hast ja was gemacht. Willst du es nicht noch eben abspeichern? Sie sehen, da gibt es eigentlich ein Template. Also das liegt einfach nahe, dass man so ein Template macht, wie in der Rolle sowieso möchte ich das und das, um irgendeinen bestimmten Nutzen zu erzielen. Wenn wir jetzt das, was wir eben gemacht haben, so ein bisschen umformulieren, dann würde bei Anwendung starten. Als Autor möchte ich nach dem Start der Anwendung mein zuletzt bearbeitetes Dokument sehen, um Zeit zu sparen. Also nehmen wir mal an, wir haben so ein Redaktionssystem und da gibt es Autoren. Und wenn ich da draufklicke, dann ist direkt der Artikel auf, an dem ich gerade gearbeitet habe. Klar, ich kann dann immer noch auf einen anderen Artikel umschalten, aber das ist eben unsere User Story. Starten der Benutzung. Jetzt habe ich hier mal so ein Konstrukteur. Als Konstrukteur will ich nach dem Einloggen meine zuletzt bearbeiteten Teile aufgelistet bekommen, um direkt darauf zugreifen zu können. Also der möchte jetzt nicht, dass ein Teil aufgemacht wird, sondern möchte eine Liste haben. Die letzten zehn oder so. Also das steht jetzt noch hier nicht drin, wie viele. Aber im Prinzip wird klar, was gemacht werden soll. Einmal implementiere ich eine Liste und einmal implementiere ich etwas, was direkt startet. Die zweite Möglichkeit, sowas aufzuschreiben, ist die sogenannte Use Case. Er ist etwas länger und detaillierter als die User Story. Das ist so ein Anwendungsfall. Also im Prinzip die Komplettbeschreibung, wie benutze ich diese Anwendung, also die Software, die wir schreiben. Da gibt es jetzt auch ein neues Wort. Das ist der Akteur. Der Akteur versucht, ein fachliches Ziel zu erreichen. Im Englischen heißt es Business Goal. Fachliches Ziel heißt also, ich habe in meiner Fachdomäne das und das zu tun. Das möchte ich erreichen, indem ich mit deinem Tool, also mit dem Tool, das wir gerade beschreiben, etwas mache. Und das ist der Anwendungsfall, der Use Case. Die gibt es auch in OML. Da gibt es einmal diese Darstellung. Die haben Sie sicher auch schon mal irgendwo gesehen. Da gibt es also hier Figuren. Das sind eben unsere Aktoren. Und die machen jetzt was. Also zum Beispiel SMS verschicken, Fotomessage verschicken und so weiter. Das wäre jetzt an der Stelle noch ein bisschen sinnlos. Also man kann die jetzt in OML auch in Verbindung zueinander setzen. Das werden wir jetzt in diesem Semester nicht machen. Aber dass wir einfach eine Vorstellung haben, wie man die dann auch grafisch ordnen kann. Wie benennen wir die? Wir benennen die mit Objekt und Infinitiv. Also wir haben es eben gesehen. Hier SMS verschicken oder Fotomessage verschicken oder Order Food. Also ich tue etwas und das tue ich an einem Objekt. Subjekt ist ja immer der Akteur. Dann habe ich zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte sowas beschreiben im Konstruktionsbereich. Dann gäbe es zum Beispiel sowas, die Geometrie verändern. Dann so der Klassiker. Das machen ganz viele Studenten. Dann als Beispiel so eine Hotelanlage oder so, wo man Gäste einbuchen kann. Oder wenn man so eine Spieleverwaltung machen möchte, dann müsste man Verein hinzufügen. Oder wenn man so eine Spieleverwaltung hat, dann würde man als Use Case Spielergebnis erfassen machen. Und Sie sehen, das kennen Sie. Das ist analog zu Pal Bytes Beschreibung einer Funktion. Also wie beschreibe ich die Funktion als Produkt, Objekt, Infinitiv. Zack, das und das ist die Funktion und genau das ist es ja am Ende. Die User Stories und Use Cases sind genau die Funktionen, in unserem Fall oftmals die Funktionsweisen des Systems. Also wie funktioniert mein System, Klammer auf, um folgende Ziele zu erreichen, Klammer zu. Das ist logisch, aber unterm Strich ist es genau das. Das heißt also, was wir hier gleich machen, ist, wir beschreiben die Funktionen in Alltagssprache, also strukturiert. Und haben damit eigentlich im ersten Schritt auch schon große Teile unserer Funktionsstruktur. Gut, auch hier gilt wieder, das Ganze machen wir nicht irgendwie auf einem Blatt Papier völlig unstrukturiert, sondern wir machen das Ganze nach Vorlagen, also nach Schablonen. Und so eine Schablone schauen wir uns jetzt im nächsten Film an. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.